Ich lerne Deutsch. Nummer 13198 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das ist gut. Wir sollten es einrahmen und an die Wand hängen. Damit es jeder sehen kann. Das ist gut. Wir sollten es einrahmen und an die Wand hängen. Damit es jeder sehen kann. Das ist gut. Wir sollten es einrahmen und an die Wand hängen. Damit es jeder sehen kann. Ist meine Haut glatt genug? Soll ich ein neues Gesichtspflegeprodukt verwenden? Ist meine Haut glatt genug? Soll ich ein neues Gesichtspflegeprodukt verwenden? Ist meine Haut glatt genug? Soll ich ein neues Gesichtspflegeprodukt verwenden? Die Fähigkeit eines Politikers, das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen, ist die Grundlage für eine erfolgreiche Regierungsarbeit. Erfolg bedeutet, genau die Fähigkeiten zu haben, die gerade gefragt sind. Erfolg bedeutet, genau die Fähigkeiten zu haben, die gerade gefragt sind. Erfolg bedeutet, genau die Fähigkeiten zu haben, die gerade gefragt sind. Das ist mein Sohn Päter. Er wird morgen neun Jahre alt. Das ist mein Sohn Päter. Er wird morgen neun Jahre alt. Ich mag diese Arbeit nicht. Ich fühle mich überfordert. Die Landschaft spiegelt sich in einem Bergsee. Die Landschaft spiegelt sich in einem Bergsee. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann abhineh mich über das Licht. Und dann abhineh mich über die Landschaft spiegelt. Und dann abhineh mich über die Landschaft spiegelt.